So, das Paket ist da, frisch eingetroffen aus China und noch original verpackt. Ich mache mal direkt die Folie ab, um euch das UliPhone AMOR 27T Pro zu zeigen. Ich war jetzt seit einigen Wochen auf der Suche nach einem neuen Mobiltelefon und habe mir dabei immer auch die Frage gestellt, welche Eigenschaften sollte denn ein Smartphone als Begleiter im Schulalltag haben? Welche Hardware und Funktionen können Lehrer im Unterricht gut gebrauchen, abseits vom üblichen Marketing der Hersteller? Und ich bin mal bei meiner Recherche auf das UliPhone AMOR 27T Pro gestoßen und will mir jetzt mal mit euch anschauen, was denn alles in der Verpackung steckt. Das sind hier vermutlich die üblichen Bedienungsanleitungsklamotten. Oh, ich sehe, es gibt eine Schutzfolie zusätzlich dazu. Angekündigt war, dass direkt auf dem Smartphone schon eine draufklebt. Und gut, diese typischen Anleitungen, die überspringe ich mal die Garantiehinweise und will mir direkt das Gerät selbst schnappen. Das ist ja angekündigt als ziemlich schwerer Brocken. Puh, das kann ich bestätigen. Also ich bin überrascht, wie schwer das Handy jetzt doch in der Hand sich bemerkbar macht. Es sind ungefähr 440 Gramm, habe ich vorab gelesen. Und ja, jetzt gerade fällt es mir noch schwer, mir vorzustellen, dass dieser Klumpen dauerhaft in der Hosentasche als Begleiter mit dabei sein kann. So, wir machen mal die Schutzfolie ab. Ich hole das hier aus der Hülle raus. Mich hat das Handy ja erstmal angesprochen, weil es auf dem Papier so viele Hardware-Finessen hat, die es von anderen Mobiltelefonen abheben. Und ich werde in den nächsten Tagen das Handy natürlich auf Herz und Nieren prüfen. So, diese Schutzfolie ist quasi doppelt gemoppelt. Darunter sehe ich schon, gibt es noch einen richtigen Schutz. Und zusätzlich die Panzerglasfolie im Lieferumfang. Ja, selbstverständlich ist das nicht. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Ja, hier die üblichen Anschlüsse links, rechts rum. Also, wie gesagt, ein schwerer Brocken in der Tasche. Wer das Handy wahrscheinlich zum Vieltelefonieren nutzen möchte, der wird damit vielleicht auf Dauer am Ohr nicht glücklich sein. Wie schön. Es gibt ein Ladegerät im Lieferumfang, ein Ladekabel. Hier noch so ein kleiner Pin, um an die SIM-Karte zu kommen. Kleine Schlaufe noch zum Tragen. Damit bin ich erstmal zufrieden. Gut. Die Firma UliPhone sitzt in China und stellt seit 2014 Smartphones und Tablets her. Dabei hat man sich unter anderem auf Geräte für den Outdoor-Einsatz spezialisiert. Und in diese Reihe gehört eben auch das UliPhone Amor 27T Pro. Es hat also, das kann ich bestätigen, schon mal ein hochwertiges Gehäuse aus Metall und Kunststoff. Und ja, theoretisch gibt es dafür zusätzlich noch eine robuste Schutzhülle. Aber hier, wie ich sehe, das ist der SIM-Kartenschacht. Zwei SIM-Karten passen rein. Man kann auch eine Micro-SD-Karte wohl benutzen. Also soweit, was die Verarbeitung angeht, bin ich erstmal doch sehr angetan von dem Gerät. Es gilt als besonders stoßfest. Laut Hersteller soll es sogar Stürze aus zwei Metern Höhe vertragen. Die machen dem Displayglas wohl auch nichts aus. Also insofern sind das schon mal gute Voraussetzungen für den Allensatz im Schulalltag. So, weiter geht's. Ich habe das Smartphone ans Ladekabel angeschlossen. Lasst es uns mal einschalten. Und ja, der Einrichtungsvorgang dauert ja erfahrungsgemäß immer ein paar Minuten. In der Zeit kann ich euch vielleicht noch ein bisschen erzählen, warum ich mich ausgerechnet für dieses Modell in diesem Test entschieden habe. Ein wichtiges Kriterium für viele LehrerInnen ist ja die Akkulaufzeit. Du möchtest schließlich durch lange Schultage kommen, ohne zwischendurch auf Steckdose oder Powerbank angewiesen zu sein. Der Akku im Ulefone Amor 7T Pro ist außergewöhnlich groß. Je nach Nutzung, so zumindest das Marketingversprechen, kann die Akkulaufzeit sogar für mehrere Tage reichen. Davon sind andere Smartphone-Modelle ja weit entfernt. Du solltest mit dem Gerät also problemlos morgens per PowerPoint präsentieren können, mittags mit Outlook E-Mails schreiben können, später beim Elternabend noch Notizen in OneNote machen können und vieles mehr. Auch bei langen Projekttagen und unterwegs auf Klassenfahrten hast du also sicher ausreichend Energie. Gut, der typische Einrichtungsvorgang. Ich hange mich hier mal weiterhin durchs Menü. Ich merke währenddessen übrigens tatsächlich, dass der große Akku tatsächlich diesen entscheidenden Nachteil hat. Das Handy ist dick und schwer. Ja, man kann es nicht anders sagen. Gut, bei Tests von Fachmagazinen spielen ja immer auch die integrierten Kameras eine Rolle. Da will das Smartphone mit bis zu 50 Megapixel vorne und für Selfies mit 32 Megapixeln punkten. Das sind auf dem Papier schon mal ordentliche Werte für ein Smartphone in dieser Preisklasse. Und ja, ich freue mich schon auf die Testaufnahmen. Darüber hinaus hat das Smartphone viele Eigenschaften und Features, die ich für diese Preisklasse nicht mehr selbstverständlich finde und die ich deshalb ja auch ganz spannend finde. Das UliPhone Amor 27T Pro hat einen schnellen Prozessor, den Mediatek Dimensity 6300. Es hat 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Speicherplatz. Damit sollte es also genug Platz und Leistung haben für, na klar, die Microsoft-Apps und alle weiteren schulischen Anwendungen. Das Display, auf dem ich hier tippe, hat eine Größe von 6,78 Zoll und eine Bildwiederholfrequenz angeblich von 120 Hertz. Das bleibt noch zu überprüfen. Aber auf den ersten Blick sieht das alles sehr flüssig und knackig aus. Es ist ein IPS-Display, also kein OLED-Display. Das ist ja nicht topmodern, aber wie gesagt, für diese Preisklasse muss man wahrscheinlich mit bestimmten Abstrichen leben. Der Akku lässt sich übrigens auch kabellos aufladen und umgekehrt kann er über Reverse Wireless Charging auch andere Geräte wie zum Beispiel Kopfhörer aufladen. Und was ich ganz positiv finde, ich hoffe, das stellt sich auch so heraus, das Betriebssystem ist Android 14. Das wurde vom Hersteller angeblich kaum beschnitten. Ulefone hält sich traditionell ja eigentlich mit vorinstallierten Apps auch immer angenehm zurück. Also ich hoffe, das ist dann hier bei diesem Gerät auch so. Zwei SIM-Karten, Micro-SD-Karte, habe ich schon gesagt. 5G-unterstützte Smartphone. Es gibt ein NFC-Chip. Damit kannst du kontaktlos bezahlen. Der Fingerabdrucksensor ist hier an der Seite. Den richte ich jetzt auch noch mal ein. Ja, die Erkennung klappt ziemlich zuverlässig. Wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine Spezialtaste für weitere Funktionen und Apps. Es gibt einen Infrarotsensor. Damit wird das Mobiltelefon zur Fernbedienung. Und an der Seite habe ich gerade schon gesehen einen U-Smart-Verbinder. Ulefone bietet noch diverses Zubehör an, das man ebenfalls anschließen kann. Kopfhöreranschluss ist mit dabei. Also insofern finde ich das erstmal, was die Ausstattung angeht, ganz klasse. So, Gesichtserkennung ist mit dabei. Richten wir auch noch kurz ein, damit wir jetzt gleich hoffentlich endlich starten können. Habe ich schon gesagt, dass das Ulefone Amor 7T Pro wirklich schwer ist und schwer wirkt? Also diesen Kompromiss muss man offenbar eingehen, wenn man Wert auf so einen großen Akku und auf ein stabiles Gehäuse legt. Wenn dich das Gewicht nicht abschreckt, dann kann dieses Smartphone vielleicht ein möglicher Begleiter im Schulalltag sein. So, und das ist der Startbildschirm. Und der weist schon darauf hin, dass es hier in diesem Smartphone eine Besonderheit gibt, die ich ebenfalls ganz spannend finde für den Unterricht. Na klar, hier, das sind erstmal die Apps. Viele Google Apps, ein paar spezielle Ulefone Apps erkenne ich auch schon. Da will ich mir nochmal genauer anschauen, was davon Quatsch ist und was davon vielleicht sogar auch sinnvoll an vorinstallierten Tools ist. So, was starten wir zuerst? Na klar, die versprochene Wärmebildkamera. Die wird ja besonders beworben. Das ist eine Thermalkamera, mit der man Wärmebilder erfassen kann. Wie schön, das klappt direkt. Die Aufnahmen zeigen Temperaturunterschiede an. Das finde ich ja zum Beispiel für naturwissenschaftliche Versuche spannend. Die SchülerInnen können dann zum Beispiel auch beobachten, wie verschiedene Materialien Hitze weiterleiten und wie Tiere und Pflanzen, oder ich hier als Mensch, Wärme abstrahlen. Das ist schon sehr cool. Also das ist ein Feature, auf das ich mich besonders gefreut habe, bei dem ich auch glaube, dass sich das besonders eben für zum Beispiel den Physikunterricht eignet. Vielleicht auch für bestimmte andere Projekte, vielleicht im Bereich Kunst auch. Dann gibt es ein FM-Radio. Das ist ja auch längst nicht mehr selbstverständlich. Also man kann hier offenbar Musik abspielen. Von Sender zu Sender wechseln. Sehr schön. Das habe ich bei meinen vorherigen Smartphones ehrlicherweise vermisst. Finde ich super. Also ein Empfänger für FM-Radio gehört ebenfalls noch zur Ausstattung. Und ja, gerade wenn man vielleicht mal im Urlaub ist, wo man gegebenenfalls kein Internet zur Verfügung hat, ist das ja doch mal eine Möglichkeit, dann draußen in der freien Natur dann ein bisschen Radio zu hören. Ja, Gefriertruhe heißt hier eine App. Kann ich noch nicht zuordnen. Das schauen wir uns alles natürlich genauer an. Es gibt hier eine App für den Infrarot-Sensor. Das Mobiltelefon wird dann zur Fernbedienung für verschiedene Geräte, Fernseher, Stereoanlage, Klimaanlagen. Je nachdem, was sich per Infrarot steuern lässt und einiges mehr. Gut, also ich bin erstmal angetan. Da ist nochmal die Wärmebildkamera. Gut, ich werde meine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Test, das sind die Outdoor-Tools übrigens, genau, Outdoor-Tools mit Unterwasserkamera-Funktionen, zum Beispiel eine Nachtsichtkamera ist offenbar auch integriert. Kompass und Co. gehören zum Lieferumfang mit dazu. Hier gibt es noch spezielle Widgets, die JuliPhone anbietet. Also ich werde das Ganze nochmal übersichtlich zusammenstellen und in einen Blogartikel verfassen, damit ihr wirklich in Ruhe nachlesen könnt, was denn jetzt das JuliPhone 27T Pro Amor noch dazwischen ausmacht. Gut, damit muss ich euch jetzt hier in diesem Video nicht belästigen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, dieser redaktionelle Beitrag ist auf Eigeninitiative entstanden und komplett unbezahlt. Also der Hersteller JuliPhone hat keinen Einfluss auf den Inhalt genommen, weder auf dieses Video noch auf den dazugehörigen Blogartikel. Das Testgerät habe ich kostenlos erhalten und ohne Verpflichtung zur Veröffentlichung. Meine gesammelten Eindrücke, ein paar Screenshots und eine Zusammenfassung gibt es auf meinem Blog, kannst du nachlesen, auf malter365.de. Da sehen wir uns hoffentlich gleich. Bis bald!